Wir müssen dazu sagen, dass 70% unserer Bücher direkt aus den Verlagen kommen und wir haben einen Deal mit den Verlagen, weil wir Verkaufsführer sind, dass sie die Bücher sogar selber nach unserer Renumerierung und Preisen aufbereiten und uns direkt schon fertig zuliefern und wir das nur noch ins Regal stellen. Und nur 30% sind nicht bereit, das zu tun und uns ins Lager zu liefern. Okay. Das heißt, dass zwischen dem Herbringen, also wenn das Buch hier ankommt und dem, wie es zu dem Verkäufer kommt, vergehen manchmal nur eine Viertelstunde, 15 Minuten, weil es schon alles fertig ist. Kann man das eigentlich sagen, wie viel Prozent Biblioglobulus hat am stationären Buchhandel insgesamt in Russland? Kann man sagen, wie viel Prozent ihr habt in Russland in Russland? Also, wie viel Prozent Bibliothek ihr verkauft habt? Also, wobei ich immer wieder auf die Vielen Dank.